Ihr wollt mit der gleichen Power und Genauigkeit fräsen? Dann ist die Spindogy X30 genau das richtige für euch. Wenn ihr mehr über die technischen Details der Spindel erfahren und wenn ihr die Spindel in Frässection sehen wollt, dann bleibt dran. Die X30, der große Bruder unserer X22, ist eine vollständig konfigurbare Frässpindel, die eure anspruchsvollen Bearbeitungsanforderungen erfüllen wird. Aktuell bieten wir die Spindel mit einem automatischen Werkzeugwechsel an. Dabei kann zwischen SK30 Plananlage oder einer HSK E40 Werkzeugschnittstelle gewählt werden. Zudem steht euch die Wahl zwischen einer effizienten Flüssigkeits- oder luftgekühlten Variante offen. Die X30 ist in verschiedenen Leistungsstufen von 3 kW, 4 kW oder 5 kW jeweils in der 2-Pol- oder 4-Pol-Variante mit einer Betriebsspannung von 400 Volt erhältlich. Die Grundausstattung bietet bereits eine maximale Drehzahl von 25.000 Umdrehungen pro Minute. Wer noch mehr Drehzahl benötigt, für den ist ein Upgrade auf 30.000 oder sogar 35.000 Umdrehungen pro Minute möglich. Weiterhin sind unsere ATCs bereits in der Grundausstattung mit einer Sensorik zur Spannstellungsüberwachung und zur Überwachung der Drehzahl ausgestattet. Aber das noch nicht alles. Mit vielen verschiedenen anderen Features wie anderen Lagern, Sensoren oder einer höheren IP-Schutzklasse könnt ihr die Spindel weiter individualisieren und dann eure speziellen Anforderungen anpassen. Bevor ihr die X30 gleich in Action seht, noch ein paar grundlegende Fakten zur Spindel. Die flüssigkeitsgekühlte X30 ATC wiegt bei einer Länge von 380 mm 12,4 kg, wobei die luftgekühlte Variante bei einer Länge von 425 mm 12,9 kg wiegt. Ein weiterer großer Vorteil der X30 ist die Möglichkeit die Spindel von vorne und von hinten zu verschrauben und bietet wie bei der X22 somit die Möglichkeit sie in bestehende Systeme sehr einfach zu integrieren. Ähnlich wie bei der X22 verfügt auch die X30 über eine spezielle Labyrinth-Dichtung, die eine Sperrluft überflüssig macht. Wenn ihr mehr über die Funktionsweise und Vorteile dieser Dichtung erfahren wollt, dann empfehlen wir euch auch unser Video zur Labyrinth-Dichtung, in dem wir dieses Thema ausführlich erläutern. Aber genug geredet, ihr wollt die Spindel beim Fräsen sehen. Viel Spaß! Räume von Flötschisch Vom smooth-Dichtung Vom Business Vom cannabis Vom 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Doch was macht die Spindogy X30 im Vergleich zu anderen Spindeln so besonders? Ihre individuelle Konfigurierbarkeit ist in dieser Leistungsklasse einmalig. Die X30 verfügt über ein Gehäuse, das es euch ermöglicht, die Spindel an eure Anforderungen und Bedürfnisse anzupassen. Schaut gerne bei uns im Onlineshop vorbei. Dort könnt ihr die Spindel nach euren Wünschen konfigurieren. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist das bemerkenswerte Gewicht. Die X30 ist um bis zu 35% leichter als vergleichbare Spindeln. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt, Spindeln anderer Hersteller wiegen in dieser Leistungsklasse ab 20 Kilo aufwärts. Dadurch können die Spindeln an Maschinen eingesetzt werden, bei denen Arbeiten mit diesen Leistungen bisher schlichtweg nicht möglich waren. Darüber hinaus bietet die SK30 wie schon die SK20 den Vorteil einer Plananlage. Dies sorgt für ein steiferes Gesamtsystem und eine verbesserte Präzision in eurer Bearbeitung. Jetzt fragt ihr euch sicher, für welche Anwendungen die X30 gut geeignet ist. Die Spindel GX30 ist äußerst vielseitig und nicht nur für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff oder Aluminium geeignet, sondern auch für die Bearbeitung von Stahl. Dank der Option der Drehzahlregelung sind euch selbst bei Bohranwendungen keine Grenzen gesetzt. Besonders bemerkenswert ist das vergleichsweise geringe Gewicht der X30 in dieser Leistungsklasse. Dadurch ist sie besonders auch für Roboteranwendungen perfekt geeignet. Diese Spindel kann problemlos in Roboter-Systeme integriert werden, die bisher nicht in der Lage waren, Spindeln mit diesen Leistungen tragen zu können. Lasst uns wissen, für welche Anwendungen ihr die X30 nutzen möchtet. Schreibt eure Ideen gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Einsatzszenarien. Die Spindel GX30 setzt Maßstäbe in Konfigurierbarkeit, Gewicht und Präzision und ermöglicht es euch, die Leistungsfähigkeit eurer Maschine auf ein ganz neues Level zu heben. Das war es für dieses Video. Ach nein, wir haben ja noch für all diejenigen etwas, die nicht direkt mit der X30 ATC starten wollen. Wir haben das X30 Portfolio weiterentwickelt und ab sofort gibt es die Spindel der X30 auch mit der manuellen ER25 Werkzeug-Schnittstelle und mit der QTC HSK C32 Werkzeug-Schnittstelle. Schaut gerne bei uns im Online-Shop vorbei. Dort könnt ihr die Spindel vorbestellen. Das war es jetzt wirklich. Um mehr über unsere Spindeln zu erfahren, abonniert gerne den Kanal und verpasst keines unserer nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.